So, hallo, wir machen weiter. Final Legend of Zelda Link's Awakening. Wir sind gerade beim Angeln und haben im letzten Part... Nein, ich wollte nicht den leichten Köder. Und haben im letzten Part... Hä, wo ist denn jetzt der Wichtige? Da ist doch gerade ein Leuchtfisch gewesen. Sollte es da oben, der, der, der ist... Keine Ahnung. Ist jetzt überhaupt gerade gar keiner, den ich interessant finden würde. Na komm, hol dir den. Dann holen wir uns den halt kurz. Wow, was ist das denn? Holy moly. Vielleicht ist der doch relativ... Nein, wollte ich nicht. Jedenfalls haben wir uns das letzte Mal... uns um den 8. Dungeon gekümmert. Jetzt versuche ich mal gerade zu angeln. Die Flasche haben uns auch schon geangelt. Wir haben die Figuren kompletiert. So, und wenn die zurückziehen, dann dachte ich nicht. Das habe ich jetzt mittlerweile verstanden. Ich habe doch... Oh. Irgendwas mache ich falsch. Nein. 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 Oh. Krass, der aus. Jetzt ist der wieder da. Ja, klar. Mit einem leichten Köder. Das wird super. Dann holen wir uns halt erstmal den da. Hallo? Interessiert den überhaupt nicht. Das war nix. Ei, 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 ei. Amfris. Das war nix. So. Den schon mal weg. Ja, toll. So. Guck mal hier. Friss. Guck mal hier. Guck mal hier. Ich seh den gerade. Hallo? Ist der blind? Guck mal hier. Hallo? Jetzt aber. Nein. Ah, yes. Ei, ei, ei. Ja, meinetwegen. Ah, es gibt ne Muschel noch. Okay. Sehr gut. Das heißt, ich muss den anderen blöden Fisch auch noch fangen. Ist der jetzt wieder da? Ist der jetzt noch da? Es leuchtet auf jeden Fall wieder, das Ding. Aber da war halt unten war so ein fetter Fisch. Das ist, glaube ich, der, der noch fehlt. Aber der ist jetzt halt nicht mehr da. Ah, nee, den hatten wir auch noch nicht. Den da oben. Da wäre jetzt wahrscheinlich der Leichteköde auch. Hätte auch gereicht. Keine Ahnung. Komm. Komm. Weil von der Seite habe ich auch noch keinen gefangen. Aber jetzt. Das gibt's doch nicht, du blöden Fisch. Ah, komm schon. Blöder Fisch, ey. Mach ich den ganzen Angelpart oder was? Ach, nö. Will ich nicht. Oh, da ist der Fette. Da ist der Fette. Ei, ei, ei. Der wäre mehr wichtiger als der schwarze Fisch. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Kommt schon, ey. Ja, guck, guck. Alter, ich hase dieses Angel-Spiel. Das kann doch nicht wahr sein. Junge. 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 so schützt weit weg oh meine güte der wird mir eh reißen der ist so fett der wird mir eh komplett zerreißen die angeln entspannt angeln beruhigt die seele ist der wieder da komm halt jetzt ich sehe aber nicht welcher da ist wenn ich den köder auswähle vorher ja schon klar das jetzt schneller fällt es ist problematisch aber dann interessiert er sich nicht für das ding doch nicht Nein. Will das nicht. Ah. Wieder der. Ich bin zu blöd dafür. Kann das wahr sein? Wait, da wäre noch ein kleiner von der Sorte, oder? Dann ist es doch egal, welchen ich fange von der Sorte. Von der Sorte war da auch ein kleiner. Den könnte ich ja auch probieren. Na toll, jetzt ist da wieder ein Blooper. Das ist jetzt überhaupt nicht mehr. Das ist weit weg jetzt, ne? Er geht nicht mehr drauf. Ah. Ich raff's nicht. Ich raff's nicht. Mal kommt er voll nah und... Nein, jetzt hab ich... Mal kommt er voll nah und mal gar nicht. Jetzt ist überhaupt kein Fisch da, den ich haben will. Nicht mehr dich. Ich rieche zumindest meine Kohle wieder. Boah, Junge. Nein. Ich... Oh, ich... Gott, ich... Nein. Aber jetzt leuchtet's. Also jetzt muss wieder einer da sein. Bruder. Du machst mich wahnsinnig, ne? Jetzt ist der Fett wieder. Und der da oben auch. Okay. Probieren wir jetzt den. Komm, zwei auf einen Streich. Das wär's doch jetzt. Komm her! Du kommst her jetzt! Oh. Hab ich nicht schon Chip-Chip mal gehabt? Ah, ich hab den schon mal gehabt, ne? Ach, Mist. Wieso hat das Wasser dann geleuchtet bei denen? Oder hat das Wasser wegen einem anderen Fisch geleuchtet? Ach, keine Ahnung. Aber den hatte ich auf jeden Fall noch nicht. Aber stimmt, ich hatte einen Chip-Chip schon mal. Mist. Aber ja. Ach, so ein Käse, ey. So, greif zu. Nein! Jetzt hab ich zu bald. Getriggert. Jetzt interessiert das hier nicht mehr. Ah. Aber wieso hat denn dann... Das war doch geleuchtet bei dem Chip-Chip... Also, wo nur der Chip-Chip da war. War doch sonst kein anderer Fisch. Spannend. In dem Moment. Hä? Check ich das. Eins. Zwei. Drei. Jetzt kommt's her. Jetzt kommt's her. Nein, du reißt jetzt nicht. Nein, will ich nicht. Ah, jetzt leuchtet's nicht. Also jetzt Quatsch. Kann ich aus dem Screen raus und wieder rein und dann leuchtet's vielleicht? Und wann verlasse ich den Screen, ist die nächste Frage. Kann ich den Screen jetzt verlassen? Keine Ahnung. Ach, Mann. Das ist doch blöd. Ich würd's jetzt halt das gern hier fertig kriegen. Aber wenn's da ne Muschel gibt, hätte er nicht... Na gut, da geht ein Detektor natürlich wieder nicht los. Ah. Ah. Die Sache ist halt... Wo gibt's jetzt überhaupt noch Herzteile, ist die nächste Frage. Was hab ich denn bisher... Ich hab... Was hab ich denn jetzt noch übersehen? Mir fehlt anscheinend noch eine Flasche, oder was? Keine Ahnung. Mir fehlen noch sechs Herzteile. Wie viel wird's denn bei Boris geben? Mist. Ha. Ja, weil das ist jetzt unser letzter Weg. Da hoch zum Windfisch und dann... Tschüss. Aber was fehlt mir denn jetzt noch an Zeug? Das haben wir auch gemacht, noch. War hier noch anders? Nee, da hat man auch nix mehr. Oh je. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich nicht weiß, ob ich irgendwas übersehen habe. Äh. Das ist natürlich doof. Hm. Na gut. Dann. Wären wir wohl uns mal auch um... ...um... ...um Dings kümmern. Um die Tafeln. Also um Boris letztendlich, sozusagen. Na, hier ist ja nix mehr. Da ist keine Muschel mehr. Da unten ist keine Muschel mehr. Da ist nix mehr, ne? Ja. Man könnte jetzt hier halt sein Geld relativ schnell vermehren. Das ist klar, aber... ...ansonsten ist da nix. Jetzt, wo ich den Screen verlasse, da bis jetzt vielleicht irgendwo wieder was passiert. Ja, okay, alles klar. Mach mal halt nen verdammten Angelpaar da raus. Ist der Fette wieder da? Ne, achso, das ist dann... Also egal, was es für eine Art Fisch ist. Es muss nicht der Fette sein. Es ist einfach nur ein spezieller Fisch, der dann da ist, ne? Ah, der kommt jetzt ja auch nicht. Ah, ich kann mittendrin den Köder wechseln, sehe ich gerade. Ah, ich kann den mittendrin wechseln. Ich verstehe. Ah, dann zahle ich vorher zehn Münzen, Rubine, und weiß nicht mal, ob dieser fette Fisch auftaucht. Das ist ja auch irgendwie suboptimal. Na, du siehst das auch. Wait! Wo krieg ich denn den her? Kollege? Hey, wo krieg ich denn den jetzt her? Die mich in eine Flasche sperren. Hä? Das ist Sternchen. Aber wo krieg ich denn die letzte Figur jetzt her? Taucht die erst noch im Shop auf, wenn irgendwas anderes ist? Oder, 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 oder? Es war ja der letzte Dungeon jetzt. Was soll denn noch passieren? Äh, wo krieg ich denn die Komet-Figur jetzt her? Hä? Oh, ich hab' keine Ahnung. Weh, da ist jetzt nicht der fette Fisch. Ich raste aus. Dankeschön. Ich meine, ich geb' ja Geld aus, ne? Ich geb' ja 10 Rubine aus. Und wenn er dann gar nicht da ist, den ich fangen will. Das ist halt doppelt dumm. So. Eins. Zwei. Beim vierten war's, ne? Jetzt war's. Alter, der reißt es vorher. Mist, der reißt vorher. Oh, ich krieg in den... Jetzt hab ich den denn überhaupt nicht in die Nähe gezogen. Das ist jetzt das Problem. Ich hab' den überhaupt nicht in die Nähe gezogen. Aber so... Noch reißt er mir nicht. Und wenn ich ihn immer ein bisschen näher kriege... Wenn ich ihn immer ein bisschen näher kriege, als er weggeht... Dann kriegen wir das... Komm schon. Nicht riskieren. Nichts riskieren. Das so kann ich ein bisschen aufhalten und dann kann ich ihn näher ziehen. Ich lass es nochmal drauf ankommen. Jetzt hol ich ihn. Jetzt hol ich ihn raus. Nein, noch nicht. Jetzt hol ich ihn raus. Komm schon. Nein, immer noch nicht. Jetzt hol ich ihn raus. Oh mein Gott. Wir haben einen verdammten Angelpart gemacht. Das kann nicht wahr sein. Leck mich doch fett. Das Geld ist mir so egal. Ach, der hat so'n Tafel-Ding. Meinetwegen auch das. Nein. Ich hoffe, jetzt haben wir hier alles. Oh, ich raste so aus, ne? Okay. Aber dann schätze ich, unser Weg führt uns jetzt erstmal zu Boris. Da gibt's ja noch Herzteile und Kram. Wahrscheinlich auch noch Muscheln. Hei, 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 hei. Vielleicht muss ich da auch erst bei Boris Kram machen. Keine Ahnung. Wir gehen jetzt jedenfalls zu Boris. Alles klar. Leute, Leute, Leute. Das war gerade... Ich schwitze. Ich schwitze vom Angeln. Wat ein Mist. So, wo war denn das jetzt? Ich bin gerade komplett lost. Da war das. Nee. Da war das. Ei, 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 ei. Boah. Wat ein Mist. Ei, 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 ei. So, Kollege. Ich hab sehr viel erlebt. Ich hab jetzt alle Dungeons durch. Da ist ne ordentliche Geschichte. Nicht nur einen. Ey. Macht er das jetzt pro Kammerstein? Nein. Erkunden bauen. Ne, bauen wollen wir, ne? Ja, platzieren ist das nächste. Siehst du die Felder mit den Symbolen für Truhen und Verschlossene Türen? Platziere entsprechende Kammern dort. Schlüssel für Verschlossene Türen findest du in Schatztrum. Platziere also immer genug in Trünen an Abenteuer. Dem mittendrin die Schlüssel ausgehen, ist ein trauriger Anblick. Ja, ja. Aha. Mal gucken, war das jetzt alles neu hier? Also, dann brauchen wir den Startpunkt. Hier ist ungünstig. Da ist günstig. Ah, ne. Ich brauch ja jetzt ne... Was macht dieses Ding denn? Ach so. Ah, verstanden. Okay, ich brauch... Na, die nützt mir nix. Ach so, die... Ja, ich brauch ja auch zweier Wege. Und zwar einen zweier Weg, der so ist. Können wir das nicht einfach alles gleichzeitig aufdecken? Eieiei. Ja, den schon mal nicht. Das wäre ja komplett blöd. Was ist das für einer? Ne, wir nehmen den. Na, der hat keine Truhe. Ah, dann nehmen wir den da. So. Was soll jetzt hier das Ding sein? Habe ich nicht verstanden. Da muss ein Schlüssel oder was sein. Also, dann geht's da einfach durch, ja? Was ist da jetzt für ein, für ein, für ein, für ein Schlüsselweg muss da rein? Aber wo kriegt der denn jetzt her? Da ist ja keiner so... Und so normaler will er nicht. Den würde er jetzt nehmen. Jetzt haben wir aber hier zwei Schlüssel... Ach so, und jetzt baue ich dann... Jetzt baue ich dann so ein Ding da oben hin, wo nochmal eine Truhe ist. Und jetzt kann man dann auch da durch. Und jetzt brauche ich noch den Bossraum. Mal erstmal den Weg zu dem Bossraum. Kann man auch einen einfachen Weg... Was ist denn der Raumkitzende? Nur so Blödsinn-Kram. Ja, nehmen wir den. So, und dann geht's jetzt ab zum Boss. Äh... Der da. Schlüssel... Öffnet den. Der Schlüssel öffnet den. Der Schlüssel öffnet den. Ich hoffe, das haut hin. Let's go. Ich will's nicht sehen. Ich will das spielen. Ah. Eieieiei. Ach ja, und Geld, was ich finde, behalte ich ja. Hat sich also voll gelohnt, hier alles kaputt zu machen. So. Gucken wir Schlüssel. Dankeschön. Moment, wohin führt die Truhe? Hä? Wohin führt die Treppe? Bin ich jetzt komplett kaputt? Ach, das... Ja, stimmt. Stimmt, Treppen, die keine Verbindung haben, machen ja sowas. Ich erinnere mich. So, jetzt kriege ich hier den Schlüssel. Den letzten. Und damit sollten wir jetzt dann zum Schluss kommen. Ach, hätte ich ja gar nicht gebraucht. Ja. Hätte ich einfach durchgehen können. Na du? Eine, eine, einmal müsste ich erreichen, so stark wir jetzt schon sind. Ne, zwei braucht man. Gut. Auch in Ordnung. So. Das war das. Juhu. Da ging's doch, ne? Toll. Super. Ich geh jetzt erstmal nochmal neu rein. Musst ihr jeden Kammerstein extra aktivieren oder wie ist das? Nee, okay, dann hat er schon alle automatisch angenommen. Schaffen wir noch eins? Nee, 29 Minuten. Nee. Nee, Freunde. Äh, mach mal beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Tschüss.